Hi Leute, Desano hier. Viele von euch wissen, dass ich ein großer Fan von dem Umbra-Gear-Set bin und dass die Eisernen Lunge zu den Top 3 meiner Lieblings-Exotischen Waffen im ganzen Spiel gehört. Und ich hab da ein Bild gebaut gehabt, was viele von euch abgefeiert haben und so einige auch auf den Geschmack gebracht hat, wie Umbra sich spielen lässt, wie geil Umbra wirklich ist und wie nice die Eisernen Lunge ist. Das Bild kam richtig gut an und gehört bei mir zu meinem Lieblingsbild im Moment. Und die Season 3 ist da und das Ganze hat nochmal ein richtiges Upgrade bekommen. Wir haben in der vorherigen Variante, hatten wir die Eisernen Lunge super unter Kontrolle und haben viele der, ja doch, Schwierigkeiten, die die Waffe an sich hat, gut unter Kontrolle bekommen. Jetzt haben wir die komplett vernichtet. Absolut nice. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir gerne ein Abo-Like da, schaut gerne bei uns im Discord und auf Twitch vorbei. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Jetzt können wir uns das Video crew Aqu殺 ausf證ern. X Natale Morning. Your division affiliation has been disavowed. You are now marked as rogue. 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 You are 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 marked as rogue.